Herzlich Willkommen beim Neumond-Horoskop für das Monat Februar. Der Neumond findet ja im Februar im Zeichen Wassermann statt. Der Wassermann zieht sich ja schon wie ein roter Faden durch ganz viele meiner Videos, weil wir ja in dieses viel besprochene Wassermann-Luftzeitalter eintauchen. Und da der Wassermann natürlich ein Luftzeichen ist, und ich habe ja schon mal gesagt, die Luftzeichen, da geht es ja immer um Verbindungen, also der Wassermann ist vor allem für die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft zuständig, also das ist ein Vermittler, wie die Luft, das ist zwischen den Dingen, ist das natürlich eine sehr turbulente Epoche. Das kriegt natürlich jeder von uns mit, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir müssen nur in die Zeitungen schauen, wie chaotisch da alles zugeht. Und das Neumond-Horoskop Februar ist jetzt noch, so bis Mitte Februar, ein sehr angespanntes. Es lösen sich alle Konstellationen auf, da gehe ich dann mal in anderen Videos noch drauf ein, aber vorneweg mal, lass dich jetzt nicht verunsichern. Also das sind alles jetzt Themen in Bewegung, die so ein bisschen, ja, ein bisschen so eine Vorschau geben für den Februar, was uns da qualitativ erwartet und, ja, und was sich da so abspielt. Wir beginnen gleich einmal. Also Wassermann ist ja das Zeichen des Wechsels und das will ständig was Neues haben. Jetzt ist der Mond aber das Zeichen, Neumond findet ja im Wassermann statt, jetzt ist ja Mond eher ein Zeichen, dass es überschaubar gemütlicher haben will und nicht immer ganz so unruhig. Der Mond ist zwar als Gefühl, ist natürlich ein lebendiger Repräsentant, aber zu viel auf und ab taugt dem Mond ja auch nicht. Also das wäre so diese Mankelmut, einmal finde ich was ganz gut, einmal finde ich was ganz schlecht und das wäre so ein Zeichen, also dass es von den Gefühlen her dieses Monat ziemlich auf und ab geht und da schauen wir jetzt noch genauer rein. Wir haben im Mond Sonnekonjunktion klar, Neumond im Wassermann und was da jetzt noch dazu kommt, die sind ja nicht ganz unbelastet, es steht der Saturn auch dabei in einer Konjunktion. Das heißt, wir haben Saturn auf der Sonne und auf dem Mond und Saturn ist ja der große Bremser, der große Reduzierer und der kann natürlich da schon Druck ausüben. Auf der einen Seite erinnert uns Saturn daran zu sagen, bleib jetzt stabil, triff keine zu überhasteten Entscheidungen, vielleicht gefühlsmäßige Entscheidungen, was ganz wichtig ist für einen anderen Aspekt noch, also das merken wir uns, keine übereilten Entscheidungen aus dem Gefühl heraustreffen, das ist das eine und auf die Sonne übt er aber auch Druck aus. Das heißt, das kann, wenn man eher schwermütiger, melancholischer gestimmt ist, kann man das spüren, dass man sagt, die Lebensenergie ist wieder gedrückter, es ist reduzierter, das geht vorbei, aber das ist eben so Saturn auf der Sonne, das ist schon so eine gewisse Einschränkung, so eine gewisse Schwermut kann sich da breit machen. Aber ich interpretiere es jetzt mal so zu sagen, okay, nicht alles gleich sofort entscheiden, aus dem Bauch heraus entscheiden, eher auch mal was nachdenken oder ein bisschen drüber kontemplieren. Was noch dazu kommt, ist ein Quadrat, Mond, Mond, Sonne haben ein Quadrat zu Uranus im Stier, das ist ja der, das ist ja so dieser Umwandler der Gesellschaft, das habe ich ja schon immer gesagt, das sind so auch die, die Werte Wandel, der Werte Wandel, den wir ja jetzt wieder erleben und der ist da auch noch drauf und Uranus Sonne ist durchaus eine explosive Mischung, wo plötzlich wieder Änderungen kommen können, wo sich plötzlich wieder alles umstellen kann. Und das interpretiere ich jetzt mal ganz positiv auch im Hinblick auf gewisse Gesetzesentwürfe, die in Österreich und ich glaube auch in Deutschland diskutiert werden, aber ich denke, da wird einiges sich wandeln und auch fallen und eben diese Unterdrückung, diese Verpflichtungen werden da fallen, das habe ich ja schon auch zum Pieksen in anderen Videos gesagt und ich denke auch, dass wir das jetzt dann erleben werden im Februar, also so Mitte Februar rein. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch überraschender Wandel in der Materie und da würde ich auch aufpassen, bitte, vor allem, wenn du Maschinen bedienst, wenn du Auto fährst, konzentriere dich, ärgere dich nicht zu sehr, da ist auch so ein gewisses Unfallspotenzial immer enthalten, das noch einmal verstärkt wird über die Konjunktion Pluto-Merkur. Merkur und Pluto treffen sich da im Steinbock und das ist noch einmal so diese, das wäre auch noch einmal so die, ja, ein bisschen so diese Macht-Ommacht-Thematik über, man kann Merkur als Maschine auch deuten, also da einfach aufpassen und natürlich auch über die Funktionalität des Körpers, das löst sich auf, das sind jetzt noch so diese Schatten dieser PIX-Pflicht und so, aber das geht dann raus, aber da einfach auch aufpassen, weil da ein gewisses Krisenpotenzial drinnen ist. Ich denke da auch natürlich an auch Russland, Ukraine, was sich da jetzt alles abspielt, also da haben wir schon gewisse Spannungen und gewisse Ballungen, also so leicht entspannt sich das noch nicht und wir haben auch das Saturn-Uranus-Quadrat wieder, also dieses, dieses Zerbrechen einer Form, also das Zerbrechen wieder, vielleicht alte Regeln kommen, neue dazu, alte Werte zerfallen, also da ist ganz viel Wandel und Bewegung drinnen. Aber auch im Emotionalen tut sich einiges, denn wir haben eine Konjunktion zwischen Mars und Venus, da oben im Steinbock und die sind ja länger zusammen und das ist natürlich eine spannende Zeit auch für die romantischen oder für neue Begegnungen, für neue Liebschaften, wo man wirklich auch einen neuen Partner treffen kann, eine neue Partnerin treffen kann. Aber, und da komme ich jetzt zurück auf diesen Saturn am Mond, vielleicht die Kirche im Dorf lassen, nicht gleich überschäumend sein, nicht immer gleich alles geben oder groß in die Zukunft projizieren, sondern einfach einen Schritt nach den anderen sehen und da etwas den Kopf auch dabei behalten, trotz aller Liebe und Romantik, denn die Gefühle können da natürlich sehr hoch schlagen, in so einer Zeit. Wir haben auch noch ein Sextil-Jupiter-Uranus, das ist auch noch einmal, ein bisschen so diese Übertreibung, die wir da drinnen haben und wir haben auch noch Mars-Jupiter und das sind natürlich gute Aspekte, um auch neue Projekte anzugehen, weil der Mars sehr stark dabei ist bei vielen Konstellationen. Das ist ein frischer Wind, also wieder ein neues Angehen und neue Kurse, neue Projekte, sportliche Aktivitäten, vielleicht Reisen planen, das kann man da jetzt, glaube ich, ganz gut machen. Ich würde allerdings beim Reisen selber ein bisschen vorsichtig sein, einfach nur von der Qualität her jetzt. Um noch einmal auf den Merkur zu kommen, also wir haben ja jetzt, wir haben Merkur-Pluto-Konjunktion, wir haben ein Sextil-Neptun-Merkur, also wie gesagt, da sind wir, was Maschinen, was Funktionalität angeht, was Verträge angeht, noch ein bisschen unter Druck. Ich würde da nichts zu Verpflichtendes machen, auch ein bisschen aufpassen bei Verträgen, bei langfristigen Sachen, dass du da nicht getäuscht wirst und ja, das wären eigentlich so die wesentlichen Konstellationen für den Februar. Also, gute Zeit für Liebe. Wir haben noch sehr viel autoritären Druck von oben im Februar, der löst sich aber dann so Mitte Februar auf, also warten wir es mal ab, ich bin gespannt, aber ich denke, wie gesagt, da wird sich noch vieles ändern und da werden wir noch viele Erlebnisse, also da werden wir noch vieles sehen, das ist eine sehr labile Zeit gerade, durchaus voller Konfliktpotenzial, aber ich denke, im Großen und Ganzen geht es darum, klar zu bleiben, nicht zu emotional auf Sachen zu reagieren, auch wenn die Liebe anklopft, was ich dir natürlich wünsche, ob du jetzt in einer bestehenden Beziehung bist, dass du die Beziehung neu entdeckst oder einen neuen Partner entdeckst, einfach die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen den Kopf mit einschalten, keine zu langfristigen Pläne momentan schmieden und dann den Februar genießen, ist ja eh ein kurzes Monat, auch wenn er vielleicht manchmal viel Druck ausübt. Das war es heute für mich, wenn du an einer persönlichen Sitzung interessiert bist oder vielleicht auch an einer Ausbildung interessiert bist, dann schau einfach mal auf meine Homepage, ist eh da unten eingeblendet und sonst freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, teile das Video und wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Erelli. Alles Gute aus Linz. Liebe Grüße und Tschüss.